Ja, da ist... Okay, die Aufnahmetaste liegt noch auf irgendeiner anderen Taste, ist aber egal. Da ist eiskalt das Spiel abgeschmiert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll, aber... Komm, jetzt mach schnell einen, schnellen Stil ab. Ja, aber zu Glück waren wir ja noch nicht weit, das konnte man ja schnell mal eben nachspielen. Oder... So, er hat uns gerade das Spiel abstürzen lassen. Also, komm her. Dafür kriegst du jetzt voll einen drauf. Ja, der hat ziemlich coole, ähm... Inrichtungs-Moves, wie ich festgestellt hab. Der hat auf dem Weg hierhin wieder einen gemacht, den wir noch nicht gesehen hatten. Ähm... Ich hoffe, der kommt später nochmal. Also, erst mal brauchen wir dann den langsamen und den schnellsten gegen den... So, mit Leertal... Mit Leertaste können wir Pausen-Modus anmachen, Stil wechseln und in Angriff übergehen. Zum Angriff übergehen. Komm, betäubt, mach verdammt. Betäubt ihn doch. Wir möchten coole Hinrichtungen sehen. Nein, offensichtlich nicht. Lauf, lauf, lauf. Die können uns eh alle nichts. Deswegen... Jetzt hat man aber vom Weiten gesehen, dass es da runter ging. Tja, auf Wiedersehen. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Ja. Zieht euch mal zurück, genau. Das ist meistens eine gute Idee. So, was kommt da? Ein schwerer Gegner. Wo ist er? Betäubt. Nein, jetzt ist er ja schon wieder hin. Das ist immer noch keiner, den wir looten können. Und wir können da hinten das fast plündern. Ach, da kommt... Machen wir schon mal den schnellsten an. Ach, fuck. Ich muss ja in X drücken für den Stil. So, komm. Komm her. Gut gemacht. Bam, bam. So, ins Fass wollten wir ja gucken. Wieso kann ich das Fass nicht auswählen? Achso, weil wir noch im Kampf sind, oder? Au. Sag mal, hackt's oder was? Freundchen, komm her. So. Ach, da, den können wir auch schon mal direkt plündern. Da kriegen wir belegtes Brot mit Huhn. Das ist doch cool. Jetzt können wir... Verzeihung. Das ist das, äh... Bisschen erkältet, was ich meinte. Aber hier muss irgendwo noch ein Gegner. Also... Starken Stil. So, hat der Überreste... Nein, aber jetzt können wir doch bitte endlich an das Fass. Ich will doch uns jetzt reingucken. Da haben wir... ...ein Feuerstein und... ...Ketvengol. Und... ...ein Alkohol. Ja, Alkohol zum Beispiel braucht man immer, wenn man... ...ein Alchemiesachen herstellen will. Müssen wir überhaupt lang? So, ich hab meine Karte. Da runter, offensichtlich. Gucken wir uns mal kurz hier hin. Da geht's. Hab ich nicht gesehen. Egal, da geht's mir hin. Hier gibt es nix zueinander. Äh, wo ging's denn da jetzt rein? Ach, wieder so ein... ...döver. Ähm... Komm, hau ihn doch. Ach... ...für den brauchen wir schon wieder einen Schnellstil. Tja. Überreste. Sehr schön, komm. Komm. Wir bekommen ein Schinkenbrot. Toll, was du. Zitadelleneingang. Da müssen wir aber nicht hin. Ich glaub, auf die Sache geht's nach da hin. Ähm... Da oben sind Gegner. Zu denen will ich. Gegner sind immer cool. Komm her. So, jetzt gucken wir erstmal... ...ein schneller... ...und zwei langsamer. Dann gehen wir zuerst auf ihn. Greifst du ihn jetzt bitte an? Komm her. Greif an. Wir werden den Lager fluchen, an dem ihr gewohnt seid. So. Stil wechseln. Jetzt machen wir zuerst ihn fertig. Ich hoffe, mit einem coolen Finisher... ...und dann her. Komm her. Nein? Äh... Ja, ja, die Winde. Keine Reste. Och Gott. Ich hab mich so gefreut, wenn wir was Cooles bekommen hätten. Das ist aber auch ein hässliches Viech. Verdammt, Gereit. Es ist ein Wunder, dass ihr noch lebt. Das mit der Treppe hättet ihr mir auch sagen können. Lambert und Eskel wollten sie gestern eigentlich reparieren. Wir sind keine Maurer. Egal. Der Professor und der andere Magier müssen sich im Burgfried verstecken. Seht der Wahrheit ins Auge, Hexer. Sie sind hier, um euch zu berauben. Hm... Triss, Kind. Wir besitzen nichts Wertvolles. Etwas guten Stahl, Schneefuchspelze. Ich meine das Labor, das wisst ihr genau. Jemand will eurer berühmten Mutter Gene. Ihr zieht voreilige Schlüsse. Triss könnte Recht haben. Wir müssen herausfinden, was sie wollen. Eins nach dem anderen. Wir sollten einem starken Magier mit einem Furchtbringer nicht den Rücken zudrehen. Und ihr dürft die Banditen nicht ins Labor lassen. Wie üblich habt ihr Recht, Triss. Herald, ihr kennt euch mit Magien aus. Findet heraus, was der hier will. Leo wird euch führen. Nur Aufklärung, oder... Niemand ist traurig, wenn ein paar von denen einen Kopf kürzer gemacht werden. Ihr schafft das, Wolf. Aber vergesst nicht, dass Leo bei euch ist. Ich schaffe das schon. Wir sehen nach, was da drin los ist und kommen dann zurück. Nehmt für alle Fälle diese Tränke. Trinkt Donner jetzt und hebt Schwalbe auf, falls ihr Heilung braucht. Ich kann euch erklären, wie sie wirken. Wir sorgen dafür, dass sonst niemand reinkommt. Triss, ihr bleibt bei uns. Nur falls Savola etwas Neues einfällt. Yay, wir können jetzt Tränke trinken. Pranzen zum Wohl. Ähm, wie auch haben, bekommen zwei Tränke Schwalbe. Erhöht die Vitalitätsregeneration deutlich. Ist ja so ein Heiltrank. Donner erhöht den Schaden. Wir können allerdings nicht reparieren und ausweichen. Naja, gut, dann, äh, Jirond, größter Kind. Warum leuchtet es hier eigentlich so seltsam? Ja, jetzt haben wir hier dieses Effektsymbol. Donner hält noch acht Stunden. So, wir müssen... Irgendwohin. Offensichtlich weiß Leo wohin. Ich weiß nur nicht, wo Leo ist. Wir brauchen schon Leo. Leo zu handeln. Ähm. Leo? Leo müsste da oben irgendwo sein. Jetzt müssen wir uns da erstmal umschleinchen. Leo? Weißt du Leo? Eyo, hallo Leo. Was steht da ein Trank? Da steht kein Trank, oder? Ähm. Hallo Leo. Gehen wir mal rein. In die Zitadelle.